Hey Leute, Tonya Tutor. Ich wollte heute wegen, also weil manche gefragt haben, wegen wie es jetzt eigentlich mit der Tankstelle ist. Also da und da habe ich Krankschreibung. Also das haben die mir am See, wo ich war, also in der Klinik, da haben die mir das schon erklärt. Und also da habe ich jetzt noch also mehrere Wochen Krankschreibung. Und das kann man vielleicht auch verlängern, also weil ich bin da quasi in Kontakt. Und das war's und dann ist es jetzt beim nächsten Mal, Tonya Tutor.